Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Schmitz Cargobull auf der Baumarkt 2019. Wir freuen uns sehr, Ihnen hier unser Produktprogramm für die Bau- und Entsorgungsbranche darstellen zu können. Aus der Vielzahl von Angeboten helfen Ihnen unsere über 250 Verkaufsmitarbeiter in ganz Europa, die für Sie optimale Lösung herauszufinden. Allein in Deutschland beschäftigen wir sechs hochspezialisierte Experten, die Ihnen in der Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten behilflich sind. Und wenn Sie sich dann für eine Spezifikation entschieden haben, dann unterstützen wir Sie auch bei der Finanzierung. Neben unseren bekannten Mietkauf- und Leasingprodukten hat der Kunde auch die Möglichkeit, bei uns ein Konflikt-Lease darzustellen. Dieses Leasingprodukt ist für den Kunden in dem Fall von Vorteil, da er kein Restwertrisiko trägt. Dazu bieten wir zur Bauma unseren Saisonaufstand an. Denn es gibt Jahreszeiten, wo der Kunde mehr Liquidität benötigt und dafür hilft dieses Produkt. Ganz handfeste Vorteile haben wir bei unserem Sattelkeeper SKI Solid. Unsere innovative und leichte Thermoisolierung schafft Mehrwerte. Wir haben den Aufbau und das Material nochmals weiter optimiert und konnten somit unter anderem die Nutzlast steigern. Die niedrige Muldenhöhe sichert dem Kunden eine hohe Fahr- und Kippstabilität und durch die Segmentbauweise ist eine hohe Reperturfreundlichkeit gegeben. Bei einer Vielzahl von Einsatzfällen entscheidet das Gewicht. Hier bietet sich unser SKI Light an. Die leichte Alu-Mulde präsentieren wir auf der Bauma mit einer Kunststoffauskleidung, die sowohl die Mulde schützt, aber auch den Vorteil bietet, dass das Schüttgut leichter aus der Mulde abrutscht. Ich habe weniger Reinigungsaufwand und brauche einen geringeren Kippwinkel, um die Mulde komplett zu entleeren. Mit dem SKI Kontrollsystem steigern wir die Sicherheit, die Effizienz und auch die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuges. Der Fahrer wird frühzeitig gewarnt, bevor gefährliche Situationen entstehen, dadurch, dass wir den Knickwinkel, die Seitenneigung und den Kippwinkel des Fahrzeuges überwachen. Nicht nur bei unseren Sattelkippern, sondern auch bei unseren festen Motorwagenaufbauten haben wir einiges zu bieten. Ja, wir zeigen dieses Jahr auf der Bauma das elektrisch bedienbare Schiebeverdeck. Dieses lässt sich komfortabel vom Boden aus oder vom Fahrerhaus aus bedienen und der Schließ- und Öffnungsvorgang dauert 10 Sekunden, wie man sieht. Ein weiterer Vorteil für den Fahrer neben dem Komfortzuwachs ist natürlich die Sicherheit. Er muss nicht mehr auf das Fahrzeug draufklettern und das Schiebeverdeck aufwendig bedienen, um das Öffnungsvorgang zu schließen, sondern das kann er, wie gesagt, vom Boden aus. In Summe kann man sagen, wir zeigen dieses Jahr ein Produkt, was einen Komfortzuwachs für den Fahrer, eine Effizienzsteigerung sowie eine Sicherheitssteigerung darstellt. Solide, zuverlässige Technik ist die Basis. Aber noch wichtiger ist es, alle wesentlichen Betriebszustände im Blick zu haben. Dazu haben wir unser SKI Smart Plus Paket geschnürt. Genau, unser SKI Smart Plus Paket beinhaltet unsere Value Added Services, sprich unsere Telematik der dritten Generation. Die CTU3 ist verbaut mit Reifendrucksensoren und Bremsbelag vor Schleißanzeige, gekoppelt mit sicheren Features des SKI, sprich unser Extra-Leitrahmen, die vierfach Rückfahrscheinwerfer und das LED-Lichtpaket, welches das Paket abrunden mit einem Full-Service-Vertrag im Punkto Reifen, Reifen-Full-Service inklusive Gewaltschaden und der Trailer-Full-Service inklusive Hydraulik. Die Qualität des Produktangebots zeigt sich dann, wenn mal ein Problem existiert. Dann ist ein starker After-Sales Partner wichtig. Und den haben wir. Unser Service-Netz zeichnet sich aus durch 1.700 Service-Partner in 58 Ländern. Sie liefern eine hohe Service-Qualität und eine Zuverlässigkeit. Das heißt für uns, alle Service-Partner werden regelmäßig auditiert und zertifiziert, aber auch überprüft auf ihre verfügbaren Ersatzteile, die in der Regel Originalteile von Schmitz Kageböe sind. Sollte es aber mal zu einem Ausfall kommen, steht Ihnen selbstverständlich auch unser 24-7-Pannenservice zur Verfügung. Um für unsere Kunden eine Kostenkontrolle und Kostenüberwachung zu gewährleisten, bieten wir zusätzlich einen Full-Service-Vertrag, der alle ihre Schäden nach Wunsch abdeckt. Wie Sie sehen, gibt es jede Menge zu entdecken bei Schmitz Kageböe auf der Baumart 2019. Kommen Sie zu uns und besuchen Sie uns in Halle B4, Stand 313. Wir freuen uns auf Sie!